Oberhalb der Hauptstraße, schon Richtung Hafen, liegt das Hotel Oasis. Neben dem Hotel Oasis ist das Hotel Tildi. Das Fitnesscenter, das Badereich besorgt ein Havang. Im Badezimmer gibt es auch eine Badewanne mit integrierter Dusche. Das ist der Blick auf den Balkon, auf die Terrasse, auf das Schwimmbad und auf die Hauptstraße und den Strand. Das ist das Restaurant oder auch der Speisesaal. Der Blick zur Marina. Und zur Kasper oberhalb der Stadt. Und das ist jetzt der Blick, den neun Kilometer langen Strand entlang, von der Marina von Agadir bis zur Südspitze. So eine tolle und wunderschöne, palmengesäumte Strandpromenade bietet Agadir. Das ist der Blick, die schöne Promenade hier in Agadir entlang. Und das ist das, was wir finden. Vielen Dank.